Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Nibolus. Viele viele spielen das deutsche also viele deutsche ja und ich weiß ich habe Musik hintergrund auch bester musik und ich weiß nicht ob sie es hört aber ich glaube schon ja ich habe teams eingestellt und wir beginnt jetzt einfach mal nicht erst player nicht erst mehr verbinden ja ich habe schon mal gespielt ich habe schon aufgenommen aber ich hatte elektronik an und darum hat es gerade das jetzt bei gedröhnt ja und ich muss jetzt nicht verpissen da 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 Du, 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 du. Scheiße kann ich feißen. Alter! alles gleich verpässt nicht da hat scheiß werbung was hat jemand im text geschrieben alles nur amerikaner auch mal Sander du 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 ja leute weil diese blaue Tornado ist also dieses blaue Loch dieses 1 so Dings man kann das also das aber das hier im blauen hier man kann eine Reige und größer werden aber wenn du größer bist als diesen Kreis dann spielst du dich automatisch obwohl es dir eigentlich größer macht dafür musst du dich selber spiel und da noch mal reingehen um größer zu werden so größer geworden so komme doch blauer blau typ alter buch hat ich auf die strich laufen kann ja da ich bin auch Prozent kleiner als das Ding und größer werden ich glaube ich kann Ihnen gesagt noch einmal reingehen und dann muss ich mit blittern der doch was ist hier los ich bin warte warte Rauh 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 Oh ja, ich spür die Energie in mir Oh Gott Ja, Safaris Sie Rauh Ja, nein! Mann Naja, Rahe에요 ganz verfreundlich Okay, aber immer tatsächlich Hörbörsen, wir bekommen das Wasser, in der Schule geht. Das Ganze ist schon entdeckt. Das Ganze ist schon ein Blödsinn. Ich bin jetzt schon ein Blödsinn. Das Ganze ist schon ein Blödsinn. Prozent Prozent und das nicht mehr dass die Fahrt der Fahrt die Menschheit der Verboten war ich werde sterben lassen sich an Leben die Städte die Städte also dass das letzte Runde Leute rechtlich zwar hier sterbe ja dann war es das hier der grau punkte auch wir das sind auch leute wo die lief sind also rausgegangen ist aus dem spiel pakete alles klar klappt er mich als kalt erklärt dass wir jetzt sterben digga der wird auch nur der Name gibt es den Weißer was ja ja die da geht noch ein okay ich glaube ich bin ich glaube ich bin ich da und bitte 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 was wir schreiben und hat auch an einer und hat auch was steht diese schnelle ich bin weg okay ich bin jetzt weg der kraft das herz okay let's go what the fuck ronaldo ronaldo komm ne junge und du wirst sterben er kommt da kommen wir mal mal kleiner der kammerin nein was war ich dafür ein idiot werde wieder größer plätzen 10 sekunden die weg bitte du kommst so schnell wie gedacht der wollte mich eisgeld einfangen leute ja nein 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 ja doch jetzt weg junge bleibt stehen das war richtig verdammt noch mal umfährt leute das war's mit der folge nebulos und wir sehen uns der nächste folge ich weiß auch nicht welche für folge aber